Heute machen wir mal etwas, was wir sonst niemals tun würden, nämlich brechen wir jede einzelne Regel auf GTA-RP-Servern. Ja, Chill-Life-Roleplay. Der Owner ist GLRP-Muhammed. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr kurzer Aufenthalt. Alleine schon, wenn ich sehe, 27 Spieler online und davon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Das sind nur die, die sich umbenannt haben. Es wird ein sehr kurzer Aufenthalt, glaube ich. Und trotz alledem müsste ich dann tatsächlich einmal schauen nach dem Regelwerk. Haben die ein Regelwerk? Normales Regelwerk. Perfekt. Was haben wir denn da Schönes? Hier findest du einige Definitionen, bla 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 bla. Bei Verstößen gegen eine oder mehrere Regeln behält sich das Team vor, diese individuell zu ändern. Hä? Das ergibt in keinem Universum Sinn. Regel Nummer 3. 4-RP. Das respektlos zu sein, während du mit einer oder mehreren Waffen bedroht wirst, ist verboten. Ich muss mich also mit einer Waffe bedrohen lassen und dann respektlos sein. Das kriege ich hin. Später. Ich wollte eigentlich gerade etwas sagen, aber ich sehe hier Dinge, da will ich gar nichts mehr zu sagen. Was zur Hölle? Junge, was... Yo, what the fuck? Was ist hier los? Einmal bitte rechts ran. Allgemeine Verkehrskontrolle. Nein. Nein. Einfach nö. Habe ich keine Lust drauf. Rechts ran. Warum denn? Was habe ich gemacht? Allgemeine Verkehrskontrolle. Ich habe Ihnen nichts getan. Kontrollieren Sie jemand anderen. Aber wobei, vielleicht haben die eine Waffe und vielleicht kann ich respektlos sein. So, einmal bitte Führerschein. Was denn für einen Führerschein? Ihren Führerschein hätte ich einmal gerne gesehen. Na, ich habe keinen Führerschein. Das ist noch das Auto vom Flughafen. Sie haben noch keinen Führerschein. Wie lange sind Sie denn schon da? Können Sie mir einen kurzen Gefallen tun? Können Sie mal eine Waffe in die Hand nehmen? Was? Können Sie eine Waffe in die Hand nehmen, bitte? Warum? Es ist ja hier gerade keine Gefahr. Ich habe eine Waffe dabei. Das, äh... Dann drehen Sie sich einmal um. Ich durchsuche Sie mal. Nein. Ich schieße Sie jetzt einfach ab. Ich hole die Waffe gleich raus und schieße Sie einfach um. Nee, dann muss ich Sie tasern. Der Taser ist aber keine Waffe. Das zählt ja nicht. Nehmen Sie eine Pistole in die Hand. Nein. Oh, wie kriege ich denn dazu, eine Pistole in die Hand zu nehmen? Langweiliger Taser. Ah, der reicht nicht. Der Herr, bleiben Sie stehen. Nein. Stehen bleibe. Auf gar keinen Fall. Stehen bleiben der Herr. Es hat keinen Sinn abzuhauen. Bleiben Sie stehen. Wenn Sie stehen bleiben, wird die Strafe milder. Der Herr, jetzt bleiben Sie doch einfach stehen. Nein. Lebendig kriegen Sie mich nicht. Der wird einfach gleich eine Waffe in die Hand nehmen müssen. Er kann mich nicht unendlich lange verfolgen. Vor allem kann er mich nicht tasern. Der Herr, bleiben Sie doch jetzt einfach mal stehen. Nehmen Sie eine Waffe in die Hand. Dann vielleicht. Nein, ich nehme keine Waffe in die Hand. Nein. So, stehen geblieben. Einmal bitte Hände hoch. Ja, okay. Ohne Waffe kein stehen bleiben. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt einfach anfange, ihn zu schlagen, dann wird er mich... Dann wird er mich einfach fesseln. Ich habe dafür jetzt eigentlich echt keine Zeit. Ich auch nicht. Ja, dann bleiben Sie doch einfach stehen. Ich probiere es. Egal. Was hätte ich machen sollen? Was hätte ich denn machen sollen? Also wirklich jetzt. Er wollte mich nicht bedrohen mit einer Waffe. Das ist so maximal unglücklich. Ich muss ganz, ganz schnell, ganz dringend von einer Waffe bedroht werden. Aber jetzt zack ich. Das Ding ist halt, ich habe noch nicht mal einen Regelbruch begangen, weil ich ihn umgeklatscht habe. Das war halt sogar regelkonform. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt keine einzige Regel, die mir das untersagt hätte. Da will man mal Regeln brechen und dann kann man es nicht. Toll. Ah, cool. Sein Kollege sitzt ja immer noch hier. Moin. Er hat eine Waffe in der Hand. Warte mal, der ist AFK. Der ist AFK und hat eine Waffe in der Hand. Das respektlos zu sein, während du mit einer oder mehreren Waffen bedroht wirst, ist verboten. Ey, du Lutscher. Pimmelkopf. Schwarzgesicht. Abschloch. Ich glaube, das zählt. Ich glaube, das müsste zählen. Er hat ja eine Waffe in der Hand und mich bedroht und... Es ist verboten, im RP jemanden auf das Regelwerk hinzuweisen. Hallo. Was? Bist du Pidila? Aussteigen oder knallt? Ich bin kein Pidila. Ende hoch. Fessel ihn, fessel ihn, fessel ihn. Ist mir scheißegal, du bist in der Geisel. Chill-Life-Roleplay? Du kannst mich nicht fesseln, wenn ich tot bin. Natürlich. Das ist gegen das Regelwerk. Du darfst das nicht. Er hat ja eine Schnauze da hinten, bevor ich dich abknall. Das ist gegen das Regelwerk. Das dürft ihr nicht machen. Mach mal kurz was dagegen. Kannst du kurz was dagegen machen? Ja, damit hätte ich wohl offiziell eine weitere Regel abgehakt. So wie das aussieht, nehmen die mich jetzt mit als Geisel für einen Raub. Was gibt es noch so für Regeln, die wir hier brechen könnten? Fremdwerbung ist untersagt und wird mit einem Community-Ausschluss bestraft. Hallo? Ja. Gucken Sie YouTube? Ja. Kennen Sie Salzquart? Salzquart? Ja. Nee, warum? Ist voll der gute YouTuber. Und ich fahr schon mal weg. Ich fahr schon mal weg und würde den Sicherheit bringen. Nein, Bruder. Hä? So war ich. Das Ausspielen von Krankheiten und Behinderungen ist verboten. Junge, was ist mit dir falsch? Der ist schon komisch, ne? Nimm den raus oder so. Bitteschön. Nimm den ab oder so. Keine Ahnung. Sag mal, Leute da hinten, Digga. Dann klatscht dir einer. Okay, ich glaube, das habe ich dann tatsächlich auch erfolgreich gebrochen. OOC. Out-of-Character-Gespräche etc. sind ebenfalls verboten. Wenn man auf dem Server connectet, spielt man die Rolle, die man spielt. Ah. Ich muss meine Tochter in den Kindergarten bringen. Könnt ihr mich mal bitte freimachen? Deine Tochter kann einen abschlecken. Ey, ich muss meine Tochter wirklich jetzt wegbringen, ne? Ich muss mich hier ausloggen gleich. Könnt ihr mich bitte mal freimachen? Was ist dein Ausloggen, der Herr? Was ist ausloggen? Ich muss mich jetzt wirklich ausloggen. Könnt ihr mich bitte freimachen? Um 17 Uhr Kindergarten. Geile Geschichte. Das ist ein Ganztagskindergarten. Natürlich. Könnt ihr mich jetzt bitte mal freimachen? Ich muss mich echt ausloggen. Ganz dringend. Ah, hier. Das ist ein Suppenfall. Die haben mich beim Krankenhaus aufgegammelt. Suppenfall? Haben Sie das wirklich? Nee, wir haben die irgendwo auf der... Die war bei unserer Hood. Wir haben die als Geisel genommen. Dann ist sie weggerannt, weil sie keinen Bock hatte, dass sie am Leben bleibt. Jungs, Jungs, Jungs. Dann haben wir die abgeknallt. Und dann haben wir die zum MD gebracht und mitgenommen. Paulaner Garten. Entfessel mal bitte einer die Geisel. Ich bin gerade vom Flughafen gekommen. Was soll das? Bitte normal reden, danke. Dankeschön. Dankeschön. Junge, wie einfach war das denn, hä? Das war ja unfassbar easy. Ja, cool. Ich bin echt mal gespannt, wie viele Regeln ich eigentlich noch brechen kann, bevor mich ein Admin wirklich spannt auf diesem Server. Ich glaube, wir sind aktuell irgendwie bei zwei oder bei drei. Ich meine, die Admins brechen halt selber auch die Regeln. Von daher so, was soll ich machen? Übrigens, wenn ich mich noch ein bisschen komisch anhöre, ich rede sehr nasal, weil meine Nase so... Halt. Ich habe Schleim im Hals und meine Nase ist so leicht zu und alles ist kacke. Ich bin immer noch krank, nur damit ihr Bescheid wisst, warum meine Stimme so komisch ist. Eine Ewigkeit später. Offroad, sprich auf Gelände, was keine Straße gekennzeichnet hat, darf man nur mit Offroad... Egal, ich schwöre. Also es tut mir wirklich leid, aber ich weiß nicht, wer dieses Regelwerk geschrieben hat. Aber irgendwie passt das nicht so alles ganz zusammen. Offroad, sprich auf Gelände, was keine Straße gekennzeichnet hat, darf man nur mit Offroad-Fahrzeugen befahren werden. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ich glaube, das zählt schon als Regelbruch. Sehr schön. Was hätten wir denn da noch? Regel Nummer 1. Das Rahmen von Fahrzeugen ohne RP-Grund ist verboten. Okay, okay. Yo, 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 Jungs. Eine Frage, ja? Ja. Was ist los? Digga, GTA-RP, ja? Entschuldigung, haben Sie ein Pflaster? Ja. Können Sie mich mitnehmen? Ich habe keinen Sprit mehr. Ja, kann nicht. Dankeschön. Tobias, mir wurde gerade der MD-Wagen geklaut. Bitte sag mir der Pol Bescheid. Och, Tobias. Ey, eine Frage. Ist Tobias jetzt eigentlich schon da? Yo. Schilma. Raus. Hallo. Ja, ist er. Wo ist Tobias? Tobias, du bist vorbeigefahren. Ach, das ist Tobias. Ich glaube, Tobias ist ein Admin. Kann das sein? Yo, Medic-Wagen sind auch gar nicht schnell oder so. Tobias, Tobias. Oh Mann. Ich müsste halt irgendwie hier... Oh nein. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Gehen wir. Oh nein. Tobias ist da. Tobias ist da. Ah, hier. Überkrasse Unfälle. Oh. 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 Überkrasse Unfälle dürfen, äh, hier. Er hat gerade Regelbruch begangen. Hier. Überkrasse Unfälle mit einem Fahrzeug zu machen und anschließend ganz normal weiterzufahren, als wäre nichts geschehen, ist ebenfalls verboten und zählt als Fail-RP. Ein paar Sekunden später. Hallo. So. Warum fährst du mit einem MD-Fahrzeug? Warum fährst du mit einem MD-Fahrzeug? Alles gut. Das machen wir mit der RP. Hallo. So. Du darfst kein MD-Fahrzeug fahren. Du darfst kein MD-Fahrzeug fahren. Der stand zwei Straßen weiter. Ich wollte nur zurückbringen. Ich habe den doch gerade gesehen. Den Medic da. Nein. Das darfst... Das darfst du nicht. Hä? Bist du? Hier. Erklär mir mal. Warum bist du mit dem MD-Fahrzeug? Erklär mir. Ja, ich bin eben erst wach geworden und habe gesehen, das MD-Fahrzeug steht auf dem Dach von so einem... Von so einem Parkhaus. Und dann habe ich den gesehen auf der Straße und habe es zurückgebracht. Ja, meine Waffen sind auch weg. Hä? Aber ich habe das doch nur zurückgebracht. Warum denn ein Warn? Weil sie mit dem MD-Fahrzeug gefahren sind. Hätten sie fünf... Ja, zehn Sekunden die Leertaste gedrückt. David, ich finde das echt unfair von dir. Guck mal. Ja, es wurde... Es wurde... Ein MDler hat gefunden, dass einer... Also, ein MDler... Es hat zu mir gekommen, hat meint zu Dings, dass einer mit einem MD-Fahrzeug fährt. Tobias, mir wurde gerade der MD-Wagen geklaut. Bitte sag mir der Pol... Pol Bescheid. Ich will den nicht mal filmen, dass wir unser MD-Fahrzeug wieder tun wollen. Ja, dann bin ich hier rumgeflogen, habe geguckt im Now-Clip und dann habe ich dich gefunden. Dafür kann ich doch nichts. Ich bin gerade aufgewacht. Meine Waffen sind weg. Alles ist weg. Ehrlich jetzt? Sie waren doch eben... Sie waren doch Ding hier. Ich habe nichts mehr dabei. Valentin, Valentin, Valentin. Valentin, Valentin. Was? Es wurde Ding hier. Er ist mit einem MD-Fahrzeug gefahren. Ja, ich habe jetzt eine Uhr angegeben und er regt sich auf. Wieso sagst du nicht einfach, was wegen welchen Grund dazu angegeben? Ja, ich habe euch gerade einen Grund erzählt. Einer hat im... Jungs, man versteht euch kaum. Hallo? Ein CV darf kein MD-Fahrzeug haben, weil das verboten ist. Habt ihr auch fähige Supporter? Seid ihr euch gerade wirklich am streiten? Mach mal deinen Soundboard aus. Warum bist du so? Warum bist du so zu mir? Nein, wir streiten uns nicht. Okay, guck mal, wir, äh, guck mal, äh, ein M, äh, also, er ist trotzdem, was hat sie gefahren. Da kann ich nichts machen. Hör mir mal zu. Nein, nein, warte mal, warte mal. Rede mal nochmal. Ey, rede mal nochmal, rede mal nochmal. Du machst deinen Soundboard aus. Ich baue nicht gleich, du machst jetzt deinen Soundboard aus. Devin? Warte mal. Wenn dein Soundboard dann noch baue. Ey, warte, 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 ich will nicht, warte mal. Rede mal nochmal. Nee, ich will einfach nur meine Waffen wiederhaben. Krieg ich meine Waffen? Das ist Cisco. Was? Das ist Cisco. Ja, das ist Cisco. Ja, das ist schön. Wenn du hier rumträufst, wenn du wirklich Cisco bist, dann, ja. Das ist, ja, es ist, ja, halt doch. Eine Ewigkeit später. Gut, ich mach jetzt meinen AP. Ich mach jetzt meinen AP. Ich mach jetzt meinen AP. Äh, Moment, ich muss mal kurz, ein Moment, ein Moment. Seid mal bitte ganz kurz leise. Ich muss mal ganz kurz hier ins Regelwerk gucken. Das Leben deines Ingame-Charakters ist das höchste Gut. Mein Leben ist mir nichts mehr wert und ich möchte sterben. Nein. Erfolgreich abgehakt. Oh, und ich wurde wiederbelebt. Super, super, super. Alles klar, damit hätten wir auch eine weitere Regel. Die ist wieder. Damit hätten wir auch eine weitere Regel erfolgreich abgehakt. Später. Ey, Bruder, Bruder, Bruder. Komm, wir nehmen die Bogen hinterher. Nimm mich mit. Soundboard aus. Hallo? Soundboard aus. Wer redet da? Was ist denn ein Soundboard? Ey, wie? Ach, nee, Digi. Mal, brille dein Soundboard aus, bitte. Ey, Kollegin, kannst du kurz Soundboard ausmachen? Wie bist du gerade im Noclip gewesen? War dein Noclip? Nein, nein, egal. Kannst du mal ein Dings kurz Soundboard ausmachen? Ich weiß, wer das ist. Was für ein Soundboard? Okay, nein, schau, tschüss. Ja, das ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Tolles Erlebnis. Guck mal, die Admins stehen mit fünf Mann um mich herum, sehen währenddessen, dass da ein Neuling mit einem Golf 7 GTI VDM betreibt, ein geklauter Medicwagen gerade auch 20 Leute umfährt, alle Autos wegrammt. Aber es ist ihnen egal. Es ist ihnen egal. Sie stehen einfach lieber um mich herum und beobachten mich. Ähm, Jungs, vor mir ist gerade Weltunter. Weltuntergang vor mir. Wollt ihr da vielleicht was machen oder wollt ihr weiter um mich herum schweben? Ey, dieser, das war so grauenhaft schlecht. Es ist so schlimm. Oh mein Gott. Ich will Regeln brechen, aber nicht so. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Bin nimm dich. Wer auch immer das ist, Junge. Die Admins sind ja da, aber es ist ihnen einfach egal. Ey, nehmt mich mit, bitte. Was für ein Fanboy dieser Junge, aber auch ist in seinem Audi A7. Was ein geiler Server, ey. Ja, ja, guten Tag hier. Assalamu alaikum, g'dayu. Hallo. Hallo, Alter. Jungs, Jungs, alle weg. Alle weg. Alle weg von dem. Ey, Jungs, was macht ihr? Alle weg sofort. Justin, weg. Endlich mal ein Arzt schmeln. Welchen? Endlich mal ein Arzt schmeln. Ey, Jungs, geht mal bitte alle weg. Sonst ist es nicht freundlich, jetzt euer Auto. Hilft doch mal dem armen Jungen hier. Der arme Medic. Der fährt gerade weg. Und warum wurde ich jetzt gebannt? Soundboard-Trolling. Ja, Mohamed, du hast da wirklich einen sehr, sehr tollen Server. Wenn ich dieses Video sehen würde, hätte ich auf jeden Fall richtig Bock, da zu spielen. Das ist ja auch unfassbar gut. War das ein Erlebnis hier. Wow. Ich bin gerade meinen Account am erstellen. Und ich sehe schon, wie er dort steht. Er steht da schon so. Hm, ich lasse hier keinen rein. Vor allem nicht mit Stimmverzerrer. Der hört meinen Stimmverzerrer gleich und sagt direkt, mach Soundboard aus. Aber da müssen wir halt irgendwie durch. Vielleicht kann ich mir sogar vorher das Regelwerk kurz angucken. Und dann schon hier die erste Regel in der Einreise brechen. Oh, hier. Ich bin von der... Oh, oh ja. Hm. Ich bin von der Grof Street. Von den Groflern. Oh ja. Oh ja. Yeah. Der Drip. Drip. Guck doch, ich bin schwanger. Sie sind schwanger als Mann. Ich identifiziere mich als Frau. Ich bin schwanger. Bitte. Können Sie schnell einen Arzt rufen? Schade. Deutscher RP-Server mit englischen Skripts. Lass mich raten. Ich kann hier auch den hier machen. Ja, natürlich kann ich das. Ha. Was ist mit dem hier? Hallo? Sir. Wer sind Sie? Der Polizei, der belästigt mich. Wir haben hier einen Gäse-Namen gemeldet bekommen. Für das Klima. Was geht hier für ein Film? Was wollen Sie damit erreichen? Wir dürfen kein Auto fahren. Genau, wir kleben uns hier alle zusammen hin. Für das Klima. Für das Klima, Freunde. Für das Klima. Nein. Für ein Anpissen. Für das Klima. Für ein Anpissen. Sei mal leise, Milchzahn. Hund. 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 Ja. Komm her, komm her. Komm her. Kann man vielleicht diesen wilden Köter hier wegholen? Hier, für dich. Ah, Kaju. Schläge mich nicht. Willst du nicht klatschen von mir? Warte, ich muss kacken. Warte, so. Was machen die hier? Ich kack ihm an. So, ich schläge nicht, Kaju. Entschuldigung, aber du bist mir im Weg. Du bist ein Mensch. Ich verpiss mich von hier. Digga, das ist wieder 5M. Es ist so ein perfektes Beispiel. Ein absolut perfektes Beispiel für jeden deutschen 5M-Server. Genau das. Es ist irgendwie auch lustig, aber mhm. Du darfst mich nicht einfach bei uns herzen. Eine Frage. Wo ist der kleine Junge? Das ist mein Sohn. Da hinten ist der. Ich brauche meinen Sohn. Mein Sohn ist noch da. Mein Sohn. Sohnemann. Wer ist jetzt weiter? Mein Sohn ist noch hier. Eins. Was für Kopfschutz. Hallo. Zwei. Was für Kopfschutz. Digga, die schießen trotzdem. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße hier. Mit diesen Leuten, die denken, sie machen RP. Ein paar Sekunden. Oh, ich glaube, der Officer ist tot. Ich muss hier ganz dringend weg. Bruder, was machst du? Was machst du, Bruder? Wer bezahlt mir meinen Schaden? Ich weiß nicht. Benzin ist leer. Ich steig mal aus meinem Auto aus. Benzin leer. Steig mal aus, du Hupensohn. Benzin ist leer. Ich kann nicht mehr fahren. Benzin ist leer. Du Hupensohn. Was bitte ich mal aus meinem Auto? Hallo. Benzin ist leer. Deine Mutter ist ja auch leer, du Hupensohn. Es ist ganz schlimm. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Hallo. 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 Ich habe kein Benzin mehr. Bitte helfen Sie mir. Hier ist schwer zu holen, mein Besser. Ich muss hier weg. Bitte hilf mir raus hier. Das ist Klimakleberin. Das ist Klimakleberin. Kack, Klimakleberin. Wer ist die, Alter? Lass die Frau in Ruhe. Die hat euch nichts getan. Warte, 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 warte. Schieß dir was mein Auto raus, dieser scheiß Glattkopf. Nein. Nervnit mit deiner Uppe. Oder ich kann einfach Rollerpimping betreiben. Ey, Kollege, steig mal runter. Absteigen. Ich wollte meinen Roller... Was machst du? Hast du den gekauft oder hast der geliehen? Kannst du lesen? Ist geliehen. Das ist ein Leihfahrzeug. Runter damit jetzt. Das ist mein Roller. Hast du es dir im Autohaus gekauft? Warum so aggressiv? Komm mal runter. Absteigen oder ich werde sie runtertasern. Warum das jetzt? Darf ich das nicht sagen? Nächstes Mal reden. Sie sind mit mir vernünftig. Warum tasern sie mich? Ja, weil sie dumme Sprüche von ihnen geben. Sie wissen gar nicht, wer vor ihnen steht. Wer steht denn vor mir? Das willst du besser nicht wissen. Wer steht denn vor mir, hä? Er hat mich gemessert und mein Spiel ist einfach gecrashed. 20 Minuten später. Wie kann ich dir weiterhelfen? Hi, Nico. Was geht? Alles gut? Ja, ich wurde gerade beim Tuner-RDM'd von so einem Security-Menschen. Der hat mich einfach abgestochen. Hast du einen Clip? Nee. Warte mal. Hast du sicher keinen Clip? Nee, ich habe sicher keinen Clip. Nein, nein. Cisco? Kannst du mal gucken, wer das war und kannst ihn ja mal fragen, was das soll. Ich heiße, dass du Cisco bist. Soll ich nicht reviven? Nein. Okay, reviven. Mein Gott, du bist Cisco. Warte, ich hole jemanden. Ich habe keine Rechte. Das hat ihn gestört, dass ich nicht von meinem Leihroller untergestiegen bin. Also ich finde jetzt nicht, dass das gerechtfertigt ist, jemanden abzustechen. Ja. Das ist ein Problem, ich habe keine Rechte, weil die Westen abgehoben sind. Man muss eine Woche warten. Also der Server ist schlecht. Das ist eigentlich jetzt nichts. Nico, was ist dein Rang hier? Du bist Test-Supporter. Der Server ist, naja, was soll ich dazu sagen? Server ist scheiße. Warum ist das Server scheiße? Weil IP ist nicht so gut, die Leute sind nicht so... Yeah.